Was Liebe ist, ist Justins Post für Selena? Nun weiß ich, was Liebe ist, ist Justins Post für Selena? Da liegt eindeutig Liebe in der Luft. Seit Oktober halten sich die Liebesgerüchte um Justin Bieber, 23, und Selena Gomez, 25, hartnäckig. Immer wieder werden die Musiker gemeinsam bei Dates von Paparazzi erwischt, so zuletzt nach einer Pilates-Stunde Anfang Januar. Offiziell haben sie das Beziehungskomme-Bag noch nicht bestätigt – allerdings deutet jetzt auch ein Post des Biebs darauf hin, dass wieder heftig geturtelt wird. Jetzt weiß ich, was Liebe ist, kommentiert der Sänger nun ein aktuelles Big auf seinem Instagram-Profil und lächelt dabei verknallt in die Kamera. Im Arm hält er allerdings nicht seine Seele, sondern eine Palme. Ob bei diesem Schnappschuss mal wieder humorvolle Seite mit ihm durchgegangen ist und er sich einfach nur einen Joker erlaubt hat? Oder steckt hinter dem Post tatsächlich eine versteckte Liebesbotschaft? Man weiß es nicht. Jelena-Fans würden sich wohl endlich ein öffentliches Start-Hemen zur Lowe-Reunion wünschen. Allerdings müssen sie sich noch etwas in Geduld üben, denn angeblich wollen die Turteltauben ihr Glück erst einmal für sich behalten. Sie wollen nicht die alten Verhaltensmuster wiederholen. Sie hatten in der Vergangenheit viele Probleme. Sie lieben sich und wollen von ganzem Herzen nur das Beste füreinander, soll ein Insider gegenüber Peorple verraten haben. Glaubt ihr, dass Justin mit dem Post auf Selena anspielt? Stimmt ab. Glaubt ihr, dass Justin mit dem Post auf Selena anspielt? Klaro, das ist ja wohl offensichtlich. Ach, Justin der Scherzkex hat sich einfach einen Joker erlaubt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020